Hallo, jetzt kommen wir zu Teil 3 der Berufe. Ja, also wir bleiben bei der Frage, was sind er und sie vom Beruf? Der junge Mann ist Chemiker. Die junge Dame ist Krankenschwester. Dieser junge Mann ist Koch. Dieses uniformierte Fräulein ist Stewardess oder wir sagen auch Flugbegleiterin. Diese beiden sind Kellner und Kellnerin, also der Kellner, die Kellnerin. Ja, machen Sie bitte diese Übung jetzt allein mit Arbeiten als.